Oh, ne. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir durch die ganze Stadt ausrotten müssten? Wow. Wieso müssen wir eigentlich allein gegen so viele Leute kämpfen? Diese Schüsse durch die Freunde. Woa, weiter. Ja, ich habe es nicht gleich. Alter, wo seid ihr? Ja genau, vielleicht die an, nicht mich. Der ist direkt da vorne. Ist ja gut. Gutes Kramer, deine Mutter. Ist das so ein Gegner? Karawan- oh, okay. Ich hab gerade fast auf den geschossen. Oh, okay. Glück gehabt. Ich glaub, die brauchen unsere für mich. Okay, ich guck noch mal ganz kurz, wie weit wir in den Sügel sind. Okay. Da wird auch noch ein ganzes Stück von entfernt. Scheiße. Hm, das war easy. Okay, das ist ein Liebner. Nein. Ey, ey ey. Alter, wie viel hinten hier raus? Scheiße. Ich bin natürlich mitten in den Stützbocker. Ich bin jetzt hier auf der Runde. Ohhhh. Okay. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Hey, ich hab. Hey, ich hab. Wir nehmen erstmal die Waffe mit. So, eine Stunde schleppten Rasten hier. So, weiter geht's. Bisschen. Ja. Oh, cool. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Haha, geil. So, nice. Äh, okay. Kühlschranktür. Nichts drin. Okay, also ich glaube nicht, dass das das Lager von denen ist. Äh, aber das ist nur irgend so ein Zwischending von denen. Ähm, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt, das ist schon mal ganz gut. Das wär's. Ähm. Das wär's. Ich bin schon düster hier, oder? Oh, Alter, ich dachte schon... Ich weiß ja nie, wie viele die Helden aushalten hier. Entschuldigung. Gut, hier mal schnell reingucken. Ich hab hier Teuersignal gefunden. Sockerbomben. Spüllappen. Oh, Simpec Redaway. Ohja, das ist ziemlich hilfreich. Das werde ich wahrscheinlich noch öfters brauchen. Weg da! Hier findet man nix. Oh, ne. Das ist ein Minimita-Person. Oh, lol. Gut. Das scheint zumindest kein radioaktiver Regen zu sein. Deswegen... Wir sind aber ziemlich dicht dran. Sonst leider auch die Pistole verlassen. Ach, lol. Wir sind voll dran vorbei. Oh, lol. Oh, lol. Oh, accusut. Okay,base granul烈. Oh, das ist eine dispers Regierung. Oh, wenn die Cachtung abgeht. Oh Herr, $35 pour씨t. Okay hier. Sie müssen geste時候 zur Galle. Oh, was das gesch можно? Oh, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Es wird so, dass das dann einfach sein wird. Obster. Mal gucken, was uns erwartet. Alter. Ist noch irgendwo einer? Ich hab's doch nicht sch... Entschuldigung, oh nicht. Ja. Ja, ja. Was ist denn? Was ist denn? So, was ist denn der Ticket-Typ? Ist das der gewesen? Haltet die Augen auf und ich glaube das Arschloch benutzt ein Sterbäum. Hm, genau. Hast Angst, was? Wolltest du auch haben? Brustkorb. Ich speichere einmal ganz kurz. Komm raus! Dein Marie ist kurz und schmerzlos. Glaub mir! Deine Zeit ist abgelaufen. Hundertmal. Und bei dir wird's anentlaufen. Oh, Alter. coated. Ja, kriegerer Name ist... Taschen. Das schaffe ich nicht zu hecken. Warum kannst du es nicht hecken? Oh, egal. Was ist das so intelligent? Wir sind alle ganz dicht hier, ey. Ich fang gerade erst an! Die wir auf dem Scheiß aus der Zeitung ließen. Boah, Alter. Jawohl, Juni. Kreuzschluss um die Klinge. Warum ist sie sich übermehrt? Warum nicht? Warum geht der Scheiß nicht wirklich kaputt? Boah, Alter. Das ist nichts. Geht nicht kaputt, Leute. Gibt's hier noch irgendwas besonderes? Stimpeg. Rundbogenkorat. Oh, danke schön. So, irgendwas. Schon über, dass ich hier... Oh. Alter. Nur eine Sekunde zu lang. Wie schön. Na, mir ist der weiß. Was heißt das denn wohl? Oh, da oben werden so viele Leute sein. Oh, ich kotze jetzt schon ab. Und F5. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Okay. Ja, das machen wir mal ganz schnell. Ähm, steps. Das geht's. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon... Können... Oh, ach so. Okay. Okay, das kann ich hier. Also, das ist noch nicht. Vielleicht kann das Level 5 schon mal. Ja, gut. Welchen Skill nehmen wir denn mal? Aber... Rechtsansresistenz, okay. Weißt ja im Ding. Okay. 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 Ja, kein Woffen. Okay. Das ist doch schon mal praktisch. Ja gut, da ich jetzt nicht wirklich viele... Oh, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich würde jetzt auch gerne was mit hacken. Okay. Okay. Ich würde schon gerne modifizieren, ne? Okay. Mehr Gesundheit. Hm. Hm. Ich glaube, ich nehme... Wo ist denn das mit dem Hacken? Achso, okay. Das kann ich schon. Das würde ich nämlich gerne machen. Okay. Ich glaube, dann können wir wahrscheinlich das andere Terminal hacken. Das wäre jetzt schon interessant. Gut. Gut. Ich würde aber kurz einen Cut machen. Ich muss ihn echt angewöhnen. Wer... Nein. Ähm. Ja. Meine Güte. So. Ich wollte das Terminal hacken, ne? Ja. Was war das denn? So. Wo konnte man hier nochmal das Terminal hacken? Ja. Juh. Ich hab's geschafft. Hat nur, ähm... Zehn Minuten gedauert, glaube ich. Die wäre ja ein bisschen doof angestellt. So. Okay. Und jetzt holen wir uns noch den Loot und, ähm... Gehen zurück zu den Leuten. Ja. Na. Gott sei Dank. Habe ich das nachher gut? Die Impro-Pistole hätte ich mir sparen können. Gut. Mir denke ich jetzt gerade, ob ich hier noch irgendwo... Wo hast du gesehen? Aber hier bin ich ja... Ach. Du Scheiße. Ach. War das gerade mein Hund? Pass auf, nein. Puh. Was ist das denn? Weil mir das Skelett geflogen ist. Oh, nicht schlecht. So. Vor Kriegsgehtnern. So. Komm. Komm mal ab hier. Puhut. Gut. Machen wir jetzt nochmal eine Schnellreise. Ähm. Wo muss ich denn überhaupt hin? Kann ich hier durch? Da drinnen sind Leute. Ja, ich glaube ich möchte da rüber. Das ähm. Ich halte dich doch für eine gute Idee. Ich möchte hier zumindest sprechen, weil der eine sieht ziemlich friedlich aus. So aus wie ein normaler Geschäftsplan. Aber man weiß ja nie. Also sollte mir... Vorsichtig sein und speichern. Ich übersetzt halt. Oh, das ist doch... War das nicht innen so ein, ähm... Was vertreibend über Hallaxe? Oh oh. Sch... Das ist doch scheiße. Räder. Oh, so viel zum Thema freundlich. Hm. Was ist das? Oh Gott. Oh, jetzt schnappst du dir, Tina. So. Oh. Oh. Oh, knapp. So, hier war noch ein anderer. So. Das waren noch nicht alle, Digger. So. So. Ich will dann zu uns. Na egal. Ich geh dir jetzt einfach drauf zu. Vielleicht wie sie hier. Oh Gott. Ähm. Ja, okay. Wir gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hält dich wohl für ganz hart, was? Komm schon. Oh Gott. Scheiße. Mein Hund, warum... ... röchtst du ihn denn nicht an? Oh Gott. Du machst dir das Leben auch schwer. Sterbe endlich. Was? Oh Gott. Oh Gott. Aber du hast noch irgendwo einen da. Das ist nicht so, dass es nicht so ist. Das ist ein Schiff. Wo kommen wir denn zu dem Spagge holen? Schweres Jagdgewehr. Was? Na ja, ich weiß, ich bin gleich überladen. Automatische Sprecherung, okay. Ach, da hätte ich längst rum müssen. Gut, ich gucke nochmal schnell, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, hier war ich nicht drin. Ähm. Taktisch, Impro, bist du noch? Alter. So. Ähm. Da ich jetzt sowieso leider weg muss, werde ich den Paar bitten. Wir sehen uns später wieder. Haut rein.